Mahlzeit, Freunde. Ach man, ich hab scheißschlechte Scheißkappen, Alter. Jetzt legt hier grad mein Fahrrad hier die Bremse rein. Hier voll mit der Bremse rein. Und hier halt voll mit dem linken Griff rein. Schön lecker. Ist alles aufgerissen. Sieht so richtig lecker aus. Scheißlecker. Ja, gut, Freunde. Ich hab doch zum Glück hier Folie. Dann die Reflektoren für hinten hab ich auch noch. Das mach ich nachher. Aber die Plane mach ich. Die Reflektoren mach ich nachher. Reflektoren mach ich nachher noch. Hier. Hier hinten. Hier. Und hier hin. Und hier hin. Und hier male ich dann ja doch das große PS-Gruppe drauf. Und das mach ich morgen. Das waren jetzt die neue Infos von mir. Leider von mir. Ist grad eben vor zwei Minuten passiert. Einmal nicht aufgepasst. Fahrrad kippt um. Scheiße. Das Fahrrad. Das ist mein altes. Das wird heute verkauft. Das ist weg. Also. Tschaui Leute. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.